Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im mega ultra hardcore Heldenmodus. Und sieht es nicht einfach wunderschön aus, wie Link hier steht, im Abendrot, wunderschön einfach nur. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir den siebten Dungeon Kumula abgeschlossen, haben dann noch Agorok besiegt, ein richtig epischer Kampf war es gegen ihn. Und wir haben damit auch die letzte Spielgesterbe erhalten und damit schon alle. Und deswegen können wir eigentlich auch dann gleich in diesem Part sogar schon den nächsten Dungeon auch betreten. Denn zwischen dem siebten und dem achten Dungeon kommt jetzt quasi nichts. Und es gibt nur noch drei Orte, glaube ich, die ich jetzt noch kurz erkunden will, wo wir jetzt noch mit dem Doppelhaken etwas anstellen können. Dann geht es aber auch in diesem Part wahrscheinlich eben schon weiter mit dem nächsten Dungeon, weil der jetzt wirklich total Schlagaufschlag kommt. Da kommt jetzt wirklich nichts dazwischen, was man ansonsten machen sollte, rein von der Story. Es gibt aber trotzdem ein paar Orte, die man besuchen kann mit dem Doppelhaken. Und einer dieser Orte, ich habe es mir tatsächlich gemerkt, unfassbarerweise ist hier. Denn hier konnten wir doch, ja genau, hier konnten wir mit dem Doppelgreifhaken jetzt etwas anfangen an einen Ort hinkommen, wo ich selber auch noch nie war tatsächlich. Denn damit kommen wir jetzt hier nach oben und können uns jetzt hier immer weiter schwingen. Äh, da komme ich hin, genau. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg überhaupt ist. Hätte ich auch nach links gehen können irgendwie? Ne, ne, ist schon der richtige Weg, glaube ich. Äh, dann jetzt wahrscheinlich zu dir. Ja, Moment, ich müsste auch treffen. Okay, ist aber gar nicht zu einfach zu treffen. So, dann noch dich. Okay, und dann auch noch hier rüber. Und dann bin ich jetzt an einem komplett neuen Ort, wo wir davor noch nie waren. Und wo ich auch davor noch nie war, auch beim Original auf dem Gamecube, was ich immer gespielt habe. Ich war hier oben noch nie. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier oben finden können. Aha, da ist nämlich zum Beispiel schon eine Truhe, die wir noch nie geöffnet haben. Und das könnte jetzt durchaus ein weiterer Stempel sein, finde ich, oder? Ne, ist nur eine Rubine, schade. Über einen Stempel hätte ich mich da mehr gefreut. Und jetzt ist sogar meine 2000er Geldbörse jetzt sogar auch voll. Wahnsinn. Das ist echt heftig. Dann kann ich vielleicht im nächsten Dungeon ein paar Mal öfter meine Magierüstung verwenden. In kritischen Momenten, um ein paar Rubine wieder loszuwerden, weil ich ja eh wieder auch einige bekommen werde. Und es gibt sogar zwei Truhen hier. Das ist sehr interessant. Da haben wir natürlich doch noch die Chance auf einen Stempel. Komm schon, bitte. Ach man, ernsthaft? Nur zweimal 100 Rubine? Und der hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ach man, da hätte ich mich jetzt echt sehr über einen Stempel gefreut, weil ich erwähne es nochmal. Wir haben gerade 34 und uns fehlen immer noch 16. Also selbst wenn wir annehmen, dass es in den nächsten beiden Dungeons auch noch zwei oder sogar drei Stempel wie in Kumula vielleicht geben wird. Und wenn wir vielleicht auch noch in der Drillhöhle auch noch Stempel bekommen würden. Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass man da auch noch Stempel bekommen kann. Da unten habe ich übrigens schon alle Truhen geholt, ne? Ja genau, habe ich schon alle mitgenommen, ja. Selbst wenn wir das annehmen, dann fehlen uns trotzdem immer noch fünf, sechs weitere Stempel oder so, die irgendwo auf der Welt verstreut sind. Habe ich ja jetzt schon so oft erwähnt. Und ich weiß einfach nicht, wo die sein sollen. Also ob ich die noch wirklich alle finden werde, mal gucken. So, aber jetzt dann gleich holen wir uns erstmal noch ein weiteres Herzteil. Und zwar nämlich auch schon das letzte Herzteil, das wir überhaupt hier auf der Oberwelt finden können. Denn uns fehlen im gesamten Spiel jetzt nur noch drei Herzteile. Und zwei von diesen drei Herzteilen finden wir noch im nächsten Dungeon. Deswegen ein weiteres ist noch hier auf der Oberwelt irgendwo. Und ich weiß genau, wo das ist und das holen wir jetzt also schnell. Und dann haben wir quasi auch schon alle Herzteile des Spiels zurück. Also das war noch nicht ganz, ne? Aber halt alle, die hier auf der Oberwelt zumindest sind. Und dann wenn wir den nächsten Dungeon abgeschlossen haben, dann noch die restlichen beiden Herzteile kriegen. Und dann eben am Ende auch noch einen Herzcontainer. Dann haben wir halt auch schon die 20 vollen Herzen und haben da auch alles geschafft. Und Geisterseelen fehlen uns ja auch noch. Moment, ich will hier, glaube ich, hin. Ne, halt hier will ich nicht hin, dann will ich hier hin. Auf die Seite. Geisterseelen fehlen uns auch nur noch drei. Und die letzten drei können wir alle in der Drillhülle finden. Deswegen, da haben wir auch alle. Also rein, was die Komplettierung angeht, abgesehen von den Stempel jetzt mal. Was Geisterseelen und was Herzteile angeht, sieht es echt super aus bisher. Also da haben wir echt schon tolle Arbeit geleistet. Und ich bin doch auf die falsche Seite gegangen, verdammt nochmal. Ich will nämlich da unten, da unten können wir eine Truhe sehen. Die da. Und da will ich hin. Denn dort ist ein Herzteil drin. Also im Original war es so, ziemlich sicher. Und deswegen, es dürfte auch hier der Fall sein. Und ich dachte, ich würde von der Seite hinkommen, aber im Nächsten von der anderen nur. Und da kommt man auch wirklich erst hin, wenn man den Doppelgreifhaken hat. Anders funktioniert das nicht. Das habe ich ja auch schon mal probiert, als wir den normalen Greifhaken bekommen haben, nach dem Seeschrein. Habe ich auch schon mal an der Stelle probiert, ob man da auch nur mit dem normalen Doppelhaken... Äh, nicht mit dem normalen Doppelhaken, genau. Da mit dem normalen Greifhaken schon rankommen kann. Und nein, das habe ich damals... Das ging nicht. Also ich habe versucht, da irgendwie ranzukommen, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen, man braucht wirklich zwingend den Doppelhaken. Anders wird das nicht funktionieren. So, hier kann man das sehen. Genau, da habe ich nämlich damals versucht... Äh, was habe ich da versucht? Irgendwo anders... Ja, genau, da habe ich versucht, von hier aus irgendwie zu diesem Efeu da unten zu kommen. Aber das ist immer ein bisschen zu weit entfernt. Man muss sich hier so entlanghangeln mit Doppelhaken. Eben nur so funktioniert es. Äh, jetzt hier hin. Ja, kann man nur ganz schwach erkennen, aber da ist wieder ein Punkt, genau. Und jetzt bin ich, glaube ich, nah genug dran. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier hin. Wunderbar. Und können hier nach links klettern auf die andere Seite. Ein bisschen nach oben auch. Und dort ist jetzt eben die eine Tool, die wir gerade eben schon von der anderen Seite haben sehen können. Und wie gesagt, im Original war da ein Herzteil drin. Deswegen, ich nehme mal stark an, dass das auch hier nicht anders ist. Und wir finden hier... Yay, ein Herzteil. Das letzte auf der Oberwelt. Nur noch zwei weitere fehlen uns. Dann haben wir alle Herzteile gefunden. Und die finden wir eben noch dann im letzten Dungeon. Sehr cool. Oder nicht im letzten Dungeon, aber im nächsten Dungeon dann. Sehr cool. Freut mich. So, und bevor wir uns jetzt dahin aufmachen, gibt es noch eben einen weiteren Ort, den ich auch noch ganz gerne erkunden wollen würde. Also erkunden, in Anführungszeichen. Ich will nämlich noch ein Minispiel spielen. Und zwar wisst ihr auch vielleicht genau welches, nämlich die Star Challenge wieder mal. Immer noch ein wunderschöner Name, Star Challenge. Möchte ich ganz gerne nochmal spielen. Wie komme ich eigentlich hier wieder nach oben? Okay, hier ist eh voll. Wunderbar. Die möchte ich jetzt ganz gerne nochmal spielen. Denn wir haben ja die zweite Version von dem Spiel. Ich warte mich am besten mal. Die zweite Version von dem Spiel haben wir ja nie abschließen können, weil ich habe das ja damals auch probiert. Aber das ging mit dem einfachen Greifhaken auch nicht wirklich. Also ich bin mir relativ sicher, dass man, wenn man das genügend übt, dass man das auch ohne Doppelhaken schaffen kann. Weil theoretisch ist es möglich. Es ist nicht so, dass man den jetzt wirklich zwingend bräuchte, um die ganzen Punkte auch wirklich erreichen zu können. Das einzige Problem ist halt die Zeit, die halt ein bisschen sehr eng werden könnte. Aber an sich glaube ich schon, dass es normalerweise auch, wenn man ganz, ganz tricky ist und das ganz, ganz viel übt. Wir kriegen sogar wieder Post, okay. Dass man es dann normalerweise ja auch schaffen müsste mit nur dem einfachen Greifhaken. Aber es ist gedacht mit dem Doppelhaken. Deswegen, das machen wir jetzt dann gleich noch schnell. Hallo Link, ich habe Post für dich. Yay, wieder mal Post. Und zwar, was, drei Briefe? Von wem kriegen wir denn jetzt noch drei Briefe zum Teufel? Keine Ahnung. Aber, ja, meinetwegen. Ö, 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 ö. Das können jetzt aber auch die letzten Briefe dann im gesamten Spiel sein. Vielleicht kriegen wir nach dem nächsten Dungeon nochmal welche. Kann auch sein, keine Ahnung. Aber drei neue Briefe. Ja, vielleicht von Thelma einer? Oder von Leonard oder Elia oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier, neue Aufgabe der Direktor. Okay. Unglaublich, super toll. Die Star-Challenge, bekannt und beliebt bei Jung und Alt, hat in Hyrule Stadt die Tore geöffnet. Auch wer das Spiel schon einmal gemeistert hat, kann sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen. Mutige finden sich, äh, was? Finden sich am Zelt im Osten der Stadt ein und nehmen die Herausforderung an. Genau, kriegen wir auch nochmal hier die Bestätigung, dass wir da jetzt eben nochmal hingehen sollen. Dann, lieber, von ich, was? Du bist so super. Mein Liebling wollte dir einen Brief schreiben und hat sich wirklich sehr angeschränkt. Wir alle, was? Wir alle hier sind jetzt einfach für deine Hilfe. Komm jederzeit bei uns vorbei. Wenn du dich in Kumula mit uns treffen willst, bis dahin alles Gute. Okay, das heißt, es ist Liebling geschrieben. Und schreibt, du bist so super, absender ich. Ja, du bist bestimmt sehr klug. Äh, was ist noch neu? Bericht ist noch neu. Von Chargo. Okay, den Brief hätten wir eigentlich schon viel früher bekommen sollen. Aber na gut, ich meine, den hat er an sich schon vor Kumula, weit vor Kumula sogar geschrieben, wo wir die ganzen Statuen eben gesucht haben. Aber na gut. So. Und wie wir jetzt eben schon gehört haben, können wir jetzt die Star Challenge noch ein weiteres Mal spielen. Und wo wir sie beim ersten Mal geschafft haben, da haben wir ja den größeren Köcher bekommen. Deswegen ist jetzt wohl die Frage, was kriegen wir denn dann wohl jetzt, wenn wir sie nochmal spielen. Man weiß es nicht. Ja, ich weiß es schon. Auf jeden Fall etwas ziemlich Cooles, was ich nicht missen will. Was ich auf jeden Fall unbedingt dabei haben will. Ja, mit meiner Ausrüstung eben. Deswegen werden wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Na, hallo junger Freund. Du willst doch bestimmt für eine 15 Rubine noch einmal an der Star Challenge teilnehmen, oder? Jupp. Danke, danke junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Und diesmal werden wir es schaffen. So. Ich habe auch den Doppelgreifang hoffentlich schon. Ja, genau. So, ich gehe mal am besten hier. Also es gibt, glaube ich, wirklich so eine strikte Folge, wo man hier entlang gehen soll. Weil man sieht immer, dass da einige Kugeln so... Ich glaube, jetzt soll ich hier entlang, oder? Dass da immer einige Kugeln so hintereinander sind. Dann soll ich jetzt, glaube ich, hier hin. Also es gibt hier wirklich Bahnen, die man hier wirklich entlang gehen kann und, glaube ich, auch sollte. Wo man eben viele Punkte auf einmal bekommen kann. Jetzt sollte ich, glaube ich, hier entlang, würde ich mal schätzen. Hui. Also an sich, man muss es natürlich nicht so machen wie ich hier. Dass man jetzt wirklich diese vorgegebene Bahn quasi hier entlang geht. Man kann einfach hier vielleicht, oder was ist der mit drin? Ich glaube eher der hier. Ja, wie gesagt, man muss es auf jeden Fall nicht so machen, dass man hier diese vorgefertigten Bahnen hier entlangt. Entlang geht, die ich hier auch entlang gehe. Aber es wird sich schon eigentlich empfehlen. Weil hier halt man dann die meisten... Das war jetzt übrigens falsch. Nein, das war jetzt falsch. Genau. Ich hätte nämlich... Ich hätte nicht von hier aus... Hätte ich den anderen Weg entlang gehen sollen. Nämlich den hier. Und dann von hier aus... Nach oben in die Mitte. Da kann ich mich noch fallen lassen. Da habe ich schon alle. Genau. Und zwar in kürzester Zeit. Also wie gesagt, man kann es auch chaosmäßig einfach irgendwie machen. Empfiehlt sich aber nicht. Weil dann kann es sogar selbst mit Doppelhaken ein bisschen eng werden. Deswegen einfach hier diesen Bahnen da entlang folgen. Diesem strikten Weg. Und dann kann er eigentlich nicht schief gehen. Äh, unglaublich, dass jemand diesen Level knackt. Äh, super, super. Ein neuer Superstar erscheint auf der Bühne der Star-Challenge. Und hier ist die Trophäe für unseren neuen Superstar. Bitte schön, genieß sie. Du erhältst den Maxiköcher. In ihm kannst du bis zu 100 Pfeile aufbewahren. Okay. Ist das übrigens neu? War es nicht im Original 99? Oder? Ach, keine Ahnung. Glückwunsch, junger Freund. Alle Preise abgeräumt. Ich glaube, damit hast du hier erledigt, was zu erledigen war. Also, danke für alles. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß bei der Sache. Kommt bloß nicht wieder. Ja, das ist ja so eine ganz klinke Bazille. Der wollte ja uns immer Hoffnungen machen. Aber in Wahrheit, er ist mir am liebsten gewesen, wenn wir immer verkackt hätten, dass er seine Preise nicht hergeben muss. Was sind eigentlich das hier alles noch für Symbole? Auch sehr interessant. Ist hier auf der anderen Seite noch irgendwas? Ja, genau dasselbe. Was sind das für Gesichter hier? Was zum Teufel? Das sieht ein bisschen komisch aus. Na gut. Wir gehen mal wieder, würde ich sagen. Nachdem wir jetzt auch hier alles abgeräumt haben. Ja, habe ich jetzt eigentlich auch 100 Pfeile bekommen gleich in dem Köcher drin. Ähm, wartet mal kurz. Habe ich. Ja, ich habe jetzt 100 Pfeile. Ja, können wir auch rechts oben sehen, genau. Sehr schön. Also, ich meine eigentlich, dass es im Original 99 waren. Aber das ist jetzt... Aber da können wir jetzt auch täuschen. Und ich meine, das würde ja auch keinen großen Unterschied machen, ob jetzt einer mehr oder weniger. Macht das nicht so viel aus auf jeden Fall. Wir haben jetzt 100 Pfeile im Vergleich zu 60. Das ist aber schon ein großer Unterschied. 40 mehr oder weniger. Das macht einiges aus. Und damit kann ich jetzt eben auch, ja, 100 Bombenpfeile verschießen. Weil von den Bomben habe ich gerade mehr als 100 dabei. Also, von Bomben kann man ja maximal sogar 180 mitnehmen. Und deswegen, wir können auf jeden Fall jetzt 100 Bombenpfeile verschießen. Also, ziemlich cool das Ganze. So. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, jetzt habe ich aber alles gemacht. Ich glaube, es gab diese drei Orte, die ich noch erkunden wollte mit dem Doppelgreifhaken. Mehr aber auch schon nicht. Ähm, deswegen, ja, würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Dungeon. Denn es gibt ja ansonsten nichts mehr, was ich noch tun wollen würde. Denn, wie gesagt, die Drillhöhle und auch die Schattenhöhle möchte ich dann ganz gerne nach dem nächsten Dungeon machen. Aber dann vor dem allerletzten noch. Also, da dazwischen dann eben, genau. So, und dafür gehen wir jetzt zur Gerudo-Wüste zurück. Und zwar hier in die Spiegelkammer. Denn dort sollen wir ja natürlich den Spiegel einsetzen. Von dem wir jetzt alle Scherben haben. Die erste Scherbe quasi war ja noch, also die ist ja quasi noch in der Spiegelkammer drin, glaube ich. Ähm, also eine Scherbe ist da eben noch übrig geblieben. Und die anderen drei haben wir eben jetzt noch in den entsprechenden Dungeons gefunden. Genau, eine ist da noch drin. Die anderen drei haben wir gefunden. Und deswegen setzen wir die mal zusammen, würde ich sagen. So, wie ein Puzzle. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch jenseits genannt. Aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich, mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin der Schatten. Was? Mitner? Ihr, wusstet das also? Und sprech mich nicht so an. Als Herrscher in dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Ja, das gerade eben war mitner Svare-Form, aber dann wurde sie eben von Santo verzaubert. His, was ich nicht? Oh, dieses Grinsen, hey. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Tja, und das waren wir. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich. Und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch dabei helfen, eure Welt zu retten. Ach, schöne Musik. Wir müssen Zanto besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link. Für Zelda. Und für die Völker unserer beiden Welten. Oh, Midna ist so cool. Ah, sie ist so ein toller Charakter. Warum kriegen sie das nicht einfach in jedem Zelda hin, so einen tollen Partner zu machen wie Midna? Warum gibt es Navi und Fai? Vor allem Fai. So, da sind wir also. Und können jetzt hier die Schattenwelt betreten. Kann man hier eigentlich jetzt noch irgendwas machen? Ah genau, das ist übrigens auch ein ziemlich cooler Effekt, wie wir sehen können. Denn es wirkt hier, wenn wir hier durchgucken, eindeutig so, als würde das hier weit nach hinten gehen. Wenn ich aber hier hinten umgehe, ist da plötzlich wieder Schluss. Das ist echt ein ganz cooler Effekt eigentlich. Okay. Aber jetzt... Oder warte mal, ich will mal mich ganz kurz umgucken. Ich will mal kurz wissen, ob hier irgendwo eine Hülle ist. Wieder mal. Das kann ich mir sogar vorstellen. Dass hier irgendwo eine Hülle ist, wo ich sogar einen Stempel finde. Weil diese verdammten Stempel, die gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Weil mir immer noch so viele fehlen und das regt mich einfach nur auf. Dass ich einfach nirgendwo irgendwelche Hüllen finde. Aber auch hier nicht. Ja, ich meine, vielleicht noch in der Wüste. Tausend weitere. Also ich muss da echt noch vieler Kunden dann. Aber egal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den nächsten Dungeon. Denn der wartet hier direkt vor uns. So. Und. Hineingehen. So. Das sind wir. Im Schattenpalast. Ja. Und. Das hier ist eben jetzt wirklich der nächste Dungeon. Also. Naja. Link. Darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Warum ist es jetzt eigentlich Midna hier in Schattenform? Warum ist, warum sieht sie jetzt nicht so aus wie sonst? Warum ist sie jetzt noch hier in Schatten? Das ist irgendwie komisch. Ich meine, ich meine, gerade eben war sie ja in ihrer normalen Form. Das ist seltsam. Wenn wir sind doch hier im Schattenreich. Keine Ahnung. Naja. Was für mich im Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dem Schattenreich geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen. Obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert. Ja. Verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt, um sie von ihrem Lust zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich. Auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag. Darf ich dir ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Das darfst du ja. Verzeih mir. Auch Midna. Auch Midna ist so cool, wie gesagt. Vor allem die Wandlung, die sie halt durchgemacht hat. Weil ich meine, ich mochte sie ja am Anfang auch schon. Weil sie am Anfang halt immer ihre kecken Sprüche drauf hatte und da halt total cool war. Und jetzt ist sie halt so einfühlsam geworden. Also ich liebe sie auch wirklich immer, wenn Charaktere solche Entwicklungen durchmachen. Und Midna ist so toll einfach nur. So, und was zum Teufel ist da los? Link, warte. Das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt. Mitglieder meines Volkes. Zanto. Was hat er uns nur angetan? Kann ich mit euch reden? Nein. Kann ich sie angreifen? Äh? Kann ich. Ja! Okay, ich hör schon auf. Link ist wieder so ein Arsch, hä? Unfassbar. So, hier kommen wir nicht weiter, weil hier die Brücke zerstört ist. Deswegen müssen wir erstmal auf die andere Seite gehen. Genau, im Original musste man erst nach links, glaube ich, und hier jetzt nach rechts eben. Und er sieht da alles ziemlich cool aus hier auf jeden Fall. Und, also ihr seht schon auch irgendwie etwas creepy aus. Ich hoffe wirklich, dass Midna recht hat, dass ihr keine Gegner seid, sondern wirklich nur die friedlichen Bewohner dieses Volkes hier. Hoffen wir es mal. Äh, was kann man hier finden? Nichts. Und nichts. So, und da sind jetzt nochmal ein paar Gegner, die, glaube ich, auf die Mütze wollen. Und, bam! Oh, so cool einfach nur. Ja, die Mega-Wirbel-Attacke. Sehr schön. So, und hier können wir jetzt ekligen schwarzen Rauch sehen. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt klug ist, wenn ich da jetzt durchspringe. Weil ich könnte dann runterfallen. Ja, ich mach's erstmal nicht. Auf jeden Fall, dieser schwarze Rauch hier, der hat eine bestimmte Bedeutung. Der macht etwas mit uns. Und was genau, werden wir jetzt dann gleich noch sehen. Aber ich will ja erstmal jetzt den normalen Weg gehen, denn wir kommen da erstmal noch nicht weiter. Wir brauchen ja erstmal noch etwas, um da weiterkommen zu können. Wir gehen erstmal diesen Weg hier. Und werden erstmal diese Seite hier erkunden. So, hier finden wir Pfeile. Okay, sehr schön. Ja, ich werde auch hier einige Pfeile in dem Dungeon tatsächlich brauchen. Deswegen ist es auch sehr gut, dass wir das jetzt auf 100 aufgestockt haben. Also Bombenpfeile brauche ich eigentlich gar nicht wirklich hier, aber normale Pfeile brauche ich an einigen Stellen für einen gewissen Gegner, in Anführungszeichen. Da werden wir ja dann schon noch sehen. Und viele weitere eklige Gegner, ja, zum Beispiel hier eine Schatten-Decorana. Du darfst gleich mal abkratzen. Und Schatten-Fledermäuse und ganz viel Schatten-Gedöns. So, kratz ab. Und erst dann gleich hier kann ich mal testen, was jetzt dann gleich passiert, wenn ich in diese schwarze Zeug da reinschampe. Da nehme ich nämlich... Ah, ernsthaft, bin ich so schlecht? Ganz ehrlich? Oh Mann, ist das blöd. Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich hier... Warte mal, wie ist das jetzt eigentlich möglich? Ich habe jetzt eineinhalb Herzen Schaden genommen. Wie ist denn das überhaupt möglich? Habe ich davor schon ein halbes Herz irgendwie Schaden genommen gehabt? Irgendwie muss eigentlich fast so sein, weil ich meine eineinhalb Herzen mit einem einzigen Schnark abzuziehen, das geht eigentlich gar nicht, wenn man das vervierfachen will. Na, keine Ahnung. So, ich kann jetzt mal kurz testen, eben was passiert, wenn ich jetzt hier reinschampe. Denn dann... ...werde ich sofort ein Wolf. Link, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Zante mit seiner magischen Kräfte geschaffen hat. Die saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihre Strahlen geraubt und seine Welt mit Schatten überzogen hat, Link. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit von Wolf zum Menschen und zurück verwandeln. Also, alles klar. Okay, aber solange wir hier sind, geht das, glaube ich, nicht. Nein, da geht's nicht, aber wenn ich halt wieder nach draußen gehe, dann kann ich mich schon verwandeln. Genau. Ist jetzt sehr blöd, dass ich jetzt schon wieder Herzen verloren habe und meine Mega-Ultra-Wirbel-Attacke schon nicht mehr einsetzen kann. Aber wie gesagt, die wird uns leider halt hier im Held-Modus, im Mega-Ultra-Hard-Held-Modus wohlgemerkt gar nicht so viel bringen. Wir werden halt keine Herzen finden und deswegen uns nie heilen können. Und das ist übrigens eine eklige Zantum-Maske. Die wir jetzt gleich mal umbringen wollen, wenn er dann nicht abhauen würde. So. Er dürfte gleich wieder irgendwo auftauchen. Genau da wieder. Und... Bam! Yeah! Sehr schön. Okay, wir sind aufgekloppt und schon stirbt er. Ich glaube, jetzt gegen den halt zum Beispiel hätte jetzt eine so Mega-Ultra-Wirbel-Attacke halt schon ausgereicht. Und ich muss es halt hier jetzt ein bisschen umständlicher machen, ein bisschen häufiger ihn treffen. Das wäre halt echt ganz cool gewesen. Aber, naja, was soll's. So, hier finden wir einen Schlüssel. Yay, sehr schön. Ähm, ich muss erst mal... Ich glaube, nach oben komme ich hier mit Greifhaken, oder? Genau, hier komme ich nach oben. Sehr schön. Und diesen Schlüssel brauchen wir wahrscheinlich auch gleich in diesem Raum. Ich finde übrigens, muss ich jetzt auch mal kurz anmerken, ähm, hier... Ja, ich finde so viele Rubine, die mir jetzt hier nichts bringen. Deswegen, diesen Dungeon hier, den Schattenpalast, ähm, finde ich, glaube ich, am schlechtesten von allen Dungeons aus Twilight Princess. Was es aber nicht heißen soll, dass der Dungeon schlecht ist. Nein, das soll es überhaupt nicht heißen. Äh, es ist halt einfach nur so, dass ich trotzdem halt alle anderen einfach nochmal besser finde. Das ist irgendwie häufig so in Videospielen und halt in Let's Plays. Wenn ich sage, dass irgendwas das Schlechteste ist, habe ich immer so ein ungutes Gewissen dabei, weil mir das halt so vorkommt, als wäre das dann total schlecht. Oder weil es halt so rüberkommt. Aber das ist es nicht. Ich mag den Dungeon auch wirklich sehr gerne, weil er coole Ideen teilweise hat. Ich mach jetzt mal hier schon Wolf am besten, aber ich muss mich da jetzt gleich verwandeln. Weil er wirklich coole Ideen hat, dieser Dungeon. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde halt trotzdem, dass jeder andere Dungeon dennoch ein bisschen besser noch ist. Also, ich finde, der hier ist der Schlechteste. In Anführungszeichen, finde ich. Also, ich finde eben alle anderen, die noch kommen, dieser eine, oder auch die schon kamen, sind, besser. Ich habe nur eine Meinung. Aber er ist trotzdem, wie gesagt, ziemlich cool. So, da ist schon eine weitere Tour. So, ich muss erstmal jetzt aber... Okay, es ist Spawn in zwei Truhen. Das ist interessant. Okay. Das kommt mir auch etwas komisch vor. War das auch im Original schon so? Das zwei Truhen da gespawnt? Äh, ja, natürlich. Da machen die... Ja, klar. Machen die mir erstmal vier Herzen Schaden oder so jetzt auf einmal. Was ist mit euch eigentlich los? Zum Teufel. So, sterben wir alle. Super, hey. Ach, Mann. So, was kriegen wir hier? Ja, wir kriegen ja etwas Besonderes. Genau, ich glaube, das ist übrigens auch etwas komisch in diesem Dungeon. Denn, genau, wir kriegen hier den Kompass. Das ist, glaube ich, der einzige Dungeon im ganzen Spiel, wo man, wenn man die Truhen sich in der normalen Reihenfolge, in Anführungszeichen, holt, wo man zuerst den Kompass finden wird und erst danach die Karte. Sehr interessant. Er zeigt dir, wo du die Schätze in dem Dungeon findest. Zieh auf den Kartenbildschirm und guck da. Jupp. Das können wir mal schnell machen. Das sieht jetzt nämlich sehr komisch aus, weil dadurch können wir halt jetzt schon... Ich meine, die oben Risse des Dungeons können wir ja schon so ein bisschen erkennen. Die sind ja hier so ein bisschen in Dunkelgrau hinterlegt oder so bräunlich halt, keine Ahnung. Und die Truhen können wir jetzt aber trotzdem schon sehen. Und wir können sehen, dass zum Beispiel hier auf der linken Seite tausende Truhen auf uns warten werden. Und da können wir schon ungefähr abschätzen, dann in etwa, wie so die Raumanordnung sein wird anhand der Truhen. Finde ich wirklich sehr witzig, dass man hier den Kompass zuerst bekommt. Weil ich meine, andersrum würde es eigentlich natürlich viel mehr Sinn machen. Aber hier ist es halt genau andersrum, wie man eigentlich denken würde. Und das finde ich irgendwie ganz witzig. Weiß auch nicht. Okay. So, jetzt bin ich erstmal hier auf die andere Seite. Okay. Und da ist ja schon eine weitere Truhe erschienen, die wir uns auch mal schnell holen werden. Da ist vielleicht wieder ein Schlüssel drin oder so. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Jupp, ein Schlüssel. Okay. Wunderbar. So. Übrigens, ich habe auch... Genau, ich habe im ersten Raum, also wo wir gerade eben waren, habe ich übrigens auch schon eine Truhe verpasst, da auf der rechten Seite. Da wäre nämlich der Weg noch weitergegangen. Da kann man dann eine Truhe finden. Aber an die Truhe sind wir noch nicht herangekommen. Das ging noch nicht, weil da war nämlich... Also an sich, um an die Truhe heranzukommen, hätte man sich da auch mit dem Greifhaken hochziehen müssen. Problem war aber, dass da auch überall dieser schwarze Nebel war, dass ich also links sofort wieder in einen Wolf wandelt hätte. Und während der ein Wolf ist, kann er ja keine Items einsetzen. Deswegen an dieser eine Truhe sind wir noch nicht herangekommen. Das würde aber jetzt dann gleich gehen. Also gleich werden wir da rankommen, jetzt eben noch nicht. Aber dann gleich. Einfach abwarten. Okay. So. Dann gehen wir auch gleich weiter in den nächsten Raum, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Raum sogar hier auf der rechten Seite, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen mal. Uh. Okay. Es kommt eine Ladesequenz sogar. Aber es kommt kein Zwischenboss jetzt, glaube ich, oder? Nee. Ich glaube nicht. Oder? Also an sich... Ich meine, gibt es überhaupt hier so einen wirklichen Zwischenboss? Ich meine, ja doch. So ein bisschen sogar schon eigentlich. So irgendwie. Ah, sehen wir ja gleich. Okay. Ja, doch stimmt, genau. Ja, doch. Jetzt kommt so eine Art Zwischenboss. Richtig. Ja, okay. Meinetwegen. Glaube ich zumindest. Nämlich... Zanto. Oder so. Phantom-Zanto. Und er kann mit einem Portal einfach mal Gegner herbeilrufen. Das ist nicht ganz so cool. Ja, aufpassen, den geht's. Oh Gott. Viele Wirbelattacken spammen. Wirbelattacken spammen. Wirbelattacken spammen. Okay, wir sind mal wieder abends. Sind alle schon tot? Okay, wunderbar. So. Also wir müssen jetzt eben immer schnell sein und versuchen, Zanto hier zu treffen, bevor er irgendwelche weiteren Portale erschaffen kann. Genau. Ich werde trotzdem ein paar seiner Angriffen natürlich wieder zeigen. Erkennt mich ja. Hier in den Krügen sind normalerweise Herzen. Ich... Also an sich, wenn man... Wenn man zu schnell an ihn rangeht, dann würde er sich auch wieder wegteleportieren. Man muss eben schnell genug sein, dass man halt nicht seine Kugel da erschaffen kann. Und dann eben da das Portal dann... Äh... Erschaffen kann. Genau. Also ich werde mich jetzt mal mit Absicht nicht beeilen. Jetzt hat er wieder eins erschaffen und es kommen neue Gegner aus. Das sind auch nicht immer Fledermäuse. Das können auch... Genau. Das können auch andere sein. In diesem Fall Dekoranus. Das sind aber, glaube ich, jetzt normal... Ne, das sind auch wieder die, die... die wieder auf dem Boden noch verfolgen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Ähm... Weil die alle umzubringen dauert ein bisschen. Deswegen, ich werde die jetzt mal in Ruhe lassen sogar. Und nur dann besiegen, wenn die irgendwie auf dem Weg sind oder so. Weil ich will jetzt mich ja erstmal auf Zahnton konzentrieren. Na, Moment. Ich meine, an sich... Also ich... Also ich... Ich muss eigentlich warten, bis er wirklich seine rote Kugel herbeiholt. Weil ich ansonsten nicht genügend Zeit habe. Achso, die Gegner verschwinden auch wieder von selbst. Alles ja gut. Okay. Munderbar, ums besser. Jetzt wieder schnell sein. Und... Bam! Okay, ich glaube, er hat sie aber noch abwerfen können, oder? Ähm... Sollen wir wieder Wirbelattacken spammen? Nein, Link macht Wirbelattacken. Oh Gott, sah ich sogar cool aus. Ich habe wieder ein bisschen Schaden genommen, aber ich habe sie zumindest nicht töten können. Nein, Santo! Nimm das! Okay, ich habe noch treffen können. Sehr schön. Und bam! Und es kommen wieder Dekoraner. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man noch andere Monster auch herbeiholen kann. Oder ob es sich nur auf Dekoraners und auf... Oder Schatten-Dekoraners, wie auch immer. Und auf Lederbeuse beschränkt. Ich weiß nicht genau. Ich habe echt das Gefühl, dass man noch andere auch herbeiholen kann. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ort wieder ab, okay. Schnell sein. Ja, sehr schön. Das ist auch so eine coole Attacke hier. Nach der Rolle den Schwertützer anzusetzen. Und es kommen doch wieder Fledermäuse, oder? Ich höre sie schon, ja genau. Aber ich hasse euch. Ja, vielleicht sind es dann doch nur diese zwei Monster an, die er herbeihbeschwören kann. Also immer schnell sein, eben, wie gesagt. Also man kann bestimmt auch an sich Pfeile benutzen, aber muss man gleich. Das kann man auch so hinkriegen. Ist auch in Ordnung. Ja, okay, es sind noch andere. Diese ekligen Viecher hier. Oh, die machen... Oh Gott, ey. Die sind jetzt richtig nervig, ey. Ich muss jetzt aufpassen. Warte mal, ich lapp mal am besten auf. Und, ja, war zu früh. Ich hab noch nicht aufgeladen gehabt, Wachmann. Ich nehme ja so viel unnötig Schaden, hey. Ich hätte vielleicht hier meine magische Rüstung benutzen sollen, aber wollte ich jetzt irgendwie auch nicht beim Zwischenbosskampf. Okay, das war's schon. Aber war natürlich nicht der echte Zahn, logischerweise. Sondern er ist explodiert in wieder mal diesen schwarzen Nebel hier, wo ich mich dann auch wieder in einen Wolf eben verwandle. Dass ich jetzt hier so viel Schaden genommen habe. Hey, also ich hab immer noch meine beiden Feen und auch immer noch echte Schleimgelee und Feentau, was ich ja schon seit Jahren ungefähr habe. Da hat sich noch nichts geändert. Und ich, ich, also ich, ich glaube, ich werde jetzt dann auch mal bald meine magische Rüstung irgendwie einsetzen, dass wir mal ein paar Rubine loswerden können. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sieht Leichen der Sonne in deiner Welt, Link. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit könnten wir... Link, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Ja, das werde ich auf jeden Fall tun, dass die es wieder ein bisschen zurückverwalen können vielleicht. Ähm, aber ich würde sagen, Leute, das machen wir erst beim nächsten Mal. Denn das war's jetzt mal für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda 2 der Princess HD im mega-ultra-hard-Helden-Modus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es dann hier im Schattenpalast weitergehen wird, werden wir ihn auf jeden Fall noch nicht abschließen können, weil der dauert schon noch ein bisschen. Aber wahrscheinlich dann beim übernächsten Mal dürfen wir ihn schon abschließen können. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir dann eben diese Sola hier zurückbringen. Und das wird aber einige Probleme mit sich führen. Welche genau, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Okay. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.